Ich bin Harald Klehm, Lehrer und Koordinator eines Projektes, das heißt Peer Leader International. In diesem Projekt bilden wir junge Leute zu sogenannten Peer Leadern aus, zusammen mit Partnern in Südafrika, Brasilien und Bosnien. Was machen wir da? Wir, und das kann man vielleicht an diesem Saal symbolisch erklären, wir versuchen Ihnen letztlich das zu bieten, was junge Leute haben wollen, nämlich Abenteuer, aber auch Sicherheit und das Vertrauen in ein Team. Ich habe gelernt, dass es vielleicht klüger wäre, wenn wir als Erwachsene mehr Vertrauen in Jugendliche hätten, dass sie ihre Themen aufgreifen, dass da genug Globalisierungsprobleme drin sind und genug Lösungen vor allem in diesen Köpfen drin sind und dass es vielleicht reichen würde, wenn wir einfach nur moderieren würden und versuchen würden, nicht so viel von uns aus da rein zu tun. In Verbindung mit den Südpartnern, glaube ich, klappt das ganz gut. Und das ist eine Arbeit, wo nicht Globalisierung drüber steht, aber die global läuft.